Servus Leute! So, heute im Test. Die Scream von Bürofactory. Drei Böller mit Pfeifferbrenner. NM 14,1 Gramm und zuletzt lässt sich sagen, das sind ungefähr 4,7 Gramm pro Stück. Voll der Kopf rechnen, dabei haben wir schon mit Taschenrechner davor ausgerechnet. Wie üblich, Kategorie F2, Schwarzpulverbilder. Bürofactory. Die letzten Sachen, die wir gehabt haben, die nicht vorher so berauscht sind. Sollen wir alle drei machen oder sollen wir zwei machen und sollen einer noch einmal ins Wasser schmeißen? Das muss man schon entscheiden. Ja, sonst machen wir zwei, weil wir haben leider gebacken. Kommt drauf an? Mach's halt, du findest nicht immer die Lungen, Alter. Wie gesagt, kommt drauf an, ob sie überhaupt alle gern. Vielleicht gehen ja zwei nicht. Ja, ja, das muss man auch noch haben. Vielleicht gehen sie alle nicht. Mach' ja schon gut. Fängt ja schon gut an mit dem Klump. So, schau' ich mal von hinten aus. Jetzt kommt viel Gips rein. Schau' ich mal das zurück über. Oh ja. Ja, ja. Schau' wir mal. Reicht macht der Pf. Ja, das muss man schon. Was war denn das? Das war Pf. Das war Pf. Ja, das war Pf. Das war Pf in der Luft. Nein, brutal. Nein, brutal. Schau' und wie der Karl unten da. Herr, die Gatti. Boah, die mag schon schnell werfen. Boah, was ist denn das für einmal? Boah, was ist denn das für einmal? Ich wusste, das ist ja der erste, wo man die Dinge rauskriegt. Die sind aber verflucht schnell, oder? Nein, da kann ich auch noch das zurück. Boah. Und gern voll schnell an. Ich mein, der Knall von den zwei, die war gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich sag' mir so, das ist voll der Karl. Ja, aber sie gern auch nicht richtig mehr. Es bleibt ja die ganzen Hülsen fast übrig. Ja, das ist schon einer, der jetzt rausgegangen ist. Schau' mal, boah, was da Gips drin ist. Ja, da ist schon rausgegangen. Ja, das ist ja fast gleich Gips. Ja, Alter, was ist denn das? Nein. Möchtest du mich fassen? Ja, und da ist ja der Arne, was da so komisch verbucht ist. Das ist ja die Hälfte vom Bild, da ist ja Gips. Ist der Donau oder der auch noch drinnen? Ja, oben Donau oder unten gibt's. Also, das ist nicht cool, oder? Nein, nein, so. Kommen wir da jetzt. Nein. Bürofaktorik hat schon wieder bewiesen, dass sie jetzt sauviel Müll machen. Also, das können wir nicht empfehlen. Nein, das ist gut. Ja, erstens, hör mal aus. Das ist ja bald schon zu gefährlich, oder? Nein, ja. Ich meine, sicher, man soll ja das Zeug hinstellen, anzünden und sich Tasche entfernen, oder? Sie hat ja nicht oben die Möglichkeit, dass man die Hand verliert, wenn man nicht rausgeht. Ja, die Hand warst du nicht verlieren, das ist bei den schwachen Kacheln, aber... Ja, weil man... Auf die Bachen? Auf die Bachen? Auf die Bachen. Zumindest, oder? Nein, aber... Die gehen ja sauschnell an. Das ist nicht normal. Also, das ist... Müll. Sehr viel Müll. Also, ich glaube... Ich weiß nicht, weil ob ich eine Backung hole für in der Water... Video... Ich glaube nicht. Ich glaube, das braucht ja keiner. Oder will auch keiner sehen. Wenn so einer sehen will, schreibt es jetzt in die Kommentare. Dann werde ich schon mal wieder Backung holen, oder was. Aber für mich aus hole ich das nicht mehr, weil das ist Müll. Also, bis zum nächsten Mal. Und... Zaufe!